Ich bin Desert Eagle. Hey, wo ist jetzt los? Achso! Du kannst hier gar nichts machen. Es geht hier einfach darum zu überleben, ne? Jetzt geht's ihm noch gegen Chil. Oh, was ist jetzt? Der ist so geil drauf. Ha, ha, ha! Jill, komm mal! Es ist mir, Chris! Ich stecke davon aus! Gute Bewegung, Chris. Aber jetzt, dass dein Partner hierher gekommen ist, werde ich euch zwei zusammen verlassen. Tja! Es tut doch weh! Ach, wirklich? Das hast du mir? Valentin! Ja, natürlich. Ist doch klar. Remarkable. Still resisting at such an advanced stage. Commandable. Yet futile. No more time for games, Chris. No more time for games, Chris. I've got work to do. Have fun, watching Jill suffer. Wait, what did you do to her? Wir können das auf zwei Wegen machen. Wir können einmal, wenn einer es festhält, draufschießen. Oder wir können hinlaufen und abreißen dann. Das Abreißen ist besser. Würde ich auch sagen. So, abreißen. Aua! Ja, ja. Boah, richtig, da muss ich ja ausweichen. Komm mal heilen. Hm. Au! Oh! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist echt am besten, wenn wir uns einfach erstmal hinter einer Säule verstecken. Schon wieder. Schon wieder. Ich komme, ich komme, ich komme. Gleich spricht meine Tastatur auseinander. Was ist das? Tu's für Jill. Kann ich danach Chill spielen? Nee, leider nicht. Jill, was machst du? Was ist das? Was machst du denn? Was machst du denn? Was machst du denn? Was machst du denn? Ja, sie hätte ja nichts. Ja, sie hätte ja nichts. Na komm. Geh ab! Mann! Ah! Plötzlich fällt es ein anderes Charakter in die Welt. Ja, das muss man ein paar Mal machen. Bis es wirklich dann ab ist. Ich weiß ja nicht, siehst du schon, wie weit es raus geht? Nee. Ich sehe gar nichts. Ach boi. Alter, hau mir doch nicht ständig in die Fresse. Sie geht mir hoch. Nee, sie wird unten. Ich will dich nicht schmerzen! Jill, was machst du denn? Gut, wenn sie auf dem Boden liegt, kann man auch auf sie raus springen und das Ding runterreißen. Muss ich eventuell erst mal da drauf schießen? Nee. Es geht komplett ohne schießen. Ich hab da oben gerade was gesehen. Kann auch sein, dass ich mich verkauft habe. Ich glaube, ich hab mich verkauft. Wo ist denn? Da oben, schießt! Nein, sie ist weg. Stopp das, Jill! Answer me! Es ist ich, Chris! Wissen Sie mich nicht? Ich hab sie. 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 Ah, wieso. Aua! Ja. Ausweichen. Ich hab sie. Ich hab sie nicht verletzt. 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 Du auch nicht. Nee. Aber da hinten müsste noch einer rumliegen. Alter. Was ist das denn? Oh, scheiße, jetzt bin ich gerade verklickt. Kacke. Du hast ja noch eins, oder? Nee, das war das. Ich dachte, da liegen zwei rum. Ja, das wollte ich dir gerade geben, damit du es kombinieren kannst. Aber ich habe mich verklickt. Ich habe alles gefecht. Pass einfach auf, dass du mich nochmal gerufen wirst. Das heißt... Oh, ouch. Das ist... Geht's wirklich nicht mit Schießen? Geht schon. Aber... Schießen sind wir besser. Ich habe sie... Komm jetzt. Geh ab. Geh ab. Geh ab. Geh ab. Geh damit. Das ist ich, Chris! Kennst du mich nicht? Komm schon, raus! Mach das nicht, Jill! Hab sie! Da kommen wir schon ganz schön Funken raus, wa? Ich will dich nicht wehren! Ich will dich nicht wehren! Ich will dich nicht wehren! Oh! Jetzt müssen wir's schaffen, sonst... Okay, da kam jetzt das Abreisen. Das wollte ich eigentlich die ganze Zeit haben. Mach das nicht, Jill! Ich will dich nicht wehren! Jetzt sind wir beide im Todesflug, oder? Nein. Das ist mal ein eblicher Kampf hier! Jill, was machst du? Sauber! Komm, komm! Geh ab! Geh doch ab! Achtung! Stop this, Jill! Answer me! Sie, oben. Dann am besten verstecken nicht, dass er da noch blöde Gedanken kommt. Autsch, tot. Ja. So wie das da. Oh, das ist eine echte Gratwanderung. Das ist ich, Chris! Sie kennen mich nicht? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Nein, das war nicht gut. Nein, das war nicht gut. Das war nicht gut. Oh, scheiße! Hoffen wir einfach mal, dass der Kampf mit Vesca jetzt davor nicht mehr ist. Ja. Das scheint nicht mehr zu sein, weil ich hab die Magnum noch. Was machen wir denn? Die können wir weg. Das entferne ich auch mal. Das entferne ich auch mal. So, mir schiebt's jetzt aber. Ich nehm jetzt mal hier... Ich nehm jetzt mal alle Heilungen mit, die ich habe. Tada! Ja, gut, ähm, First Aid Spray kann ja kaufen. Kann man, echt, ja? Cool. Mine... Erste Hilfe Spray, ja. Cool. So. Ich bin bereit. Ach, ich weiß noch nicht so hundertprozentig. Aber die Taktik ist klar, nicht wahr? Aha. Sie geht mal ein bisschen runter. Ich hab sie. Es ist ich, Chris! Willst du mich nicht erinnern? Nein! Nein! Das ist eigentlich nicht die Schnauze, Chris. Vorsicht, sie schießt gleich wieder. Komm schon, raus! Komm schon! Ich hab sie raus.